Anna und Gerald Heiser machen sich in den sozialen Medien gerade unbeliebt. Eine tierische Aktion kommt bei den Followern gar nicht gut an. Auf Instagram berichtet Anna Heiser von einer giftigen Baumschlange in ihrem Garten. Dass sie das Tier nicht am Leben gelassen haben, stößt im Netz auf Kritik. Die ehemalige Bauer-Suchtfrau-Teilnehmerin Anna Heiser, 34, hat sich in den sozialen Medien gerade ins Aus geschossen. Die 34-Jährige erntet jetzt nämlich viel Kritik für den Umgang mit einem bestimmten Tier. Auf Instagram erzählt Anna nämlich von einem ungebetenen Besuch im Garten ihres Hauses in Namibia. Eine giftige Baumschlange beschloss ein Teil der Familie Heiser zu werden. Anna und ihr Mann Gerald, 39, versuchten das Tier aus einer Höhe von 8 Metern zu entfernen, jedoch erfolglos. Als die beiden mit ihrem Latein am Ende waren, tötete Gerald die Baumschlange mit sechs Schüssen. Diese Aktion kam im Netz jedoch gar nicht gut an. Auf Annas Instagram-Profil brach dann eine krasse Diskussion aus. So schrieb eine Followerin beispielsweise, und die Schlange kann man wohl nicht woanders wieder aussetzen? Lieber dann töten? Daraufhin kommentierte Anna ihre Perspektive auf die Situation. Sag mir bitte, wie genau möchtest du eine giftige Schlange, die auf der Höhe von 8 Metern ist, einfangen und woanders aussetzen? Das überzeugte die Kritiker jedoch nicht. Sie gingen fest davon aus, dass es eine Lösung gegeben hätte, die den Tod des Tieres ausschließe. Für die 34-Jährige sei der Schutz ihrer Familie aber oberste Priorität, daher sahen sie keine andere Möglichkeit. Wettbewerb Bundeskanzler Erfolge 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 Untertitelung des ZDF, 2020